Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Batman. Wir waren gerade im Keller der Vails und haben festgestellt, dass Vicky wohl keine so gute Kindheit gehabt hat, mal ganz davon abgesehen, dass sie offensichtlich adoptiert wurde und dann in diesem Keller festgehalten und gequält geschlagen wurde. Wir wollen jetzt nun nach Arkham reisen, um zum einen Alfred zu retten und zum anderen, um sie aufzuhalten, die ganzen Patienten freizulassen. Mal schauen, was da so losgeht. Alles gut? Bordelies are routed up. Das ist die letzte, dann. Die Kinder von Arkham haben übergebracht. Leutnant Gordon sagt die G.C.P.D. sind auf der Weg. Er ist die Team selbst. Wenn Sie sich finden, vielleicht können Sie ihn aus der Zeit, bevor all hell ist. Almost bereit. Let er wissen. Copy. Auf der Weg. Go ahead. I got this. Batman. Das Endeffekt jetzt, Vicky. Tell me where Alfred Pennyworth ist. The Butler. Bruce Wayne hat ein Batsch auf seinem Papel. Answer the question. Where he is doesn't matter. He'll be dead soon. Another corpse in Bruce Wayne's family. No one's dying tonight. You really think you're in control here? Your confidence is impressive, but that won't save the Butler, or the rest of Gotham. A lesson needs to be taught. They won't look the other way. Not again. And when did Gotham look away from you, Vicky? Don't try to psychoanalyze me, Batman. You have no idea what I've done to come this far. Too much to turn back now. I know you've suffered. You were tortured, held captive by the people who were supposed to love you. I don't know how you survived. You wouldn't know how I survived. I survived. Because every night, I dreamed of the revenge I'd take on them. And this forsaken city. Vicky, your time's run out. Vicky! There's nothing you can do, Batman. You underestimate the true children of Arkham. These souls kept behind bars. Open the doors! Arkham! Listen to me! Freedom is yours! The only one standing in your way... is Batman. Batman? He stuck me in here! Me too. Let me at him. He's the crazy one! He's the crazy one! Come on! Come on, get... He's the crazy one! Come on! He's the crazy one! He's the crazy Jet Batman! Der gesamte Sicherheitssystem ist offline. Alle Inmaten sind verletzt. Der Liede der Kinder von Arkham. Sie sehen sie? Sie würden... You're not getting away, Vicky. Was ist das? Riesp�� and복 Barringer Werden Werden Erzека Er ghetto Oh, 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 oh. Achtung! BADMAN! Geben Zeit. Das ist der Wunsch. Sie werden sterben! Es ist wirklich inspirierend. Es ist ein Freude sehen, dass deine Arbeit in person zu sehen. Oh, Jesus. Gordon ist hier. Wir werden die resten des Inmates verraten. Du, Stopp Lady Arkham! Es ist kein Weg raus, jetzt. Es ist immer noch ein Weg hier, Batman. All die Leute, die Thomas Wayne verabschieden zu diesem Ort, Unwillinge? Sie sprechen durch die Wälder. Ihre Gehäuser gehen. Sie wissen die Weg. Ich kann nicht helfen, diese Leute jetzt. Aber ich kann helfen, Alfred Pennyworth. Geh mir zu ihm. Mein Lieber. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Hahaha! 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 Du bist nicht gut, Vicki. Du brauchst professionell Hilfe. Hahaha! Puh! Das Mann hat sich als ein Dereck. Ah! 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 Lass ihn nicht! Der Butler muss morgens. Ja, um... Payment für Thomas Winston's. Er hat meine Familie weggebracht, also werde ich seine Sons entfernen. Wenn du wirklich willst, bringst du mich Bruce Wayne. Wenn du jemanden finden kannst, ist es du. Er ist wahrscheinlich hinter einem 12-inch-thick wall und 100 bodyguards, jetzt! Ich bringe dich, Wayne. Aber erst, let Alfred Pennyworth go. Nein, nein, nein. Ich habe Angst, dass es zu viel zu tun ist. Du machst so viel für einen Mann. Vicky, stop playing games. Das ist nicht ein Spiel für mich. Sie wissen, Batman, ich wirklich nicht verstehe. Warum schlägst du mich? Ich habe gut gemacht, Agathe. Falcone und Hill verdient zu sterben. Wenn ich dir das mache, habe ich dir einen Weg gemacht. Wir schlägen die gleiche Kampf, Batman. Kannst du das? Wir wollen die gleiche Dinge. Das sind die Menschen verdient. Das sind die Menschen verdient. Wie alle anderen anderen. Also, sie können sie wegschlafen, wie sie so viele Male gemacht haben? Nein, Batman. Sie verdient genau das, was sie verdient. Meine Justizung ist final und absolut. Du solltest nicht hier sein. 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 Bruce Wayne ist besser als das? Er schlägt, hinter seinem Status und Gewalt. Er ist ein wunderschön. Er ist ein wunderschön. Er lässt andere Menschen für seine Schulden. Du bist mein Mann, Batman. Wayne ist. Ich bin interessiert, Batman. Ich weiß, warum ich die Maske wearinein. Ich bin, wie ich bin. Wie ich immer war. Was ist das? Was ist das für dich? Du hast die Maske, um zu schlafen? Oder um zu werden, wer du wirklich bist? Du bist der Mann? Oder die Maske? Die Maske ist nur ein Handel. Ich kann niemals meine Arbeit, wenn die Leute wissen, wer ich wirklich war. Wirklich? Ich habe das ein bisschen mehr Interessant. Und nachdem du bist, ich werde diese Maske auf meine Wallen Aber erst, ich sehe den Mann beneath. Ich sehe den Mann. Das ist schlafen. Ich kann nur diese Maske auf denen Hinden. Halt auf, Alfred. Du, du, du kamst, du kamst für mich. Nach dem, was du gesagt hast. In der Tat stand doch gerade ein Bild von Vicky und, ich weiß nicht mehr, wie der kleine Sohn, Adoptivsohn von den Vales hieß. Haben wir den erfahren, den Namen? Ich glaube nicht, oder? Und wenn, dann habe ich ihn leider vergessen, den wir halt befreit haben aus der Kammer. Ihr erinnert euch bestimmt, als wir mit Batman in der Vale-Wohnung waren und gesehen haben, dass die beiden Elternteile hart umgebracht wurden. Und dann hat er, ich wollte gerade sagen, warum hat er dann Vicky nicht erkannt? Aber in der Batman, wie nennt man das denn, muss ich mich mal ordentlich hinsetzen, in der Rückführung, sag ich jetzt mal, die Batman gemacht hat, da haben wir ja Vicky ohne Lady Arkham-Kleidung gesehen. Wäre die wirklich ohne diesen Aufzug in der Wohnung gewesen und hätte ihre Eltern, Stief, Adoptiv, Eltern, wie auch immer, umgebracht, dann hätte der Kleine sie doch erkennen müssen und hätte gewusst. Oder hat er mit Absicht geschwiegen, um sie zu schützen? Weil sie gesagt hat, dass sie ihn von seinem Leid befreien wird, falls sie ihm das gleiche angetan haben? Oder sie war halt in Lady Arkham-Munktur da, aber dann stimmt Batmans Rückführung nicht, vom Bildlichen zumindest her, von dem, was geschehen ist, schon. Aber nicht vom Bildlichen. Ähm. Na gut, vielleicht finden wir das auch noch raus. Ich fand das bloß grad so ein bisschen, ein bisschen komisch, absurd, deswegen wollte ich euch da schnell sagen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Der Mann, der Mann, der ich dich gemacht habe. Halt einfach mal, Alfred. Sie sah, wo sie ging. Sie hat einfach... ...herspannter. Ich komme dich raus. Über dich! Interessant, wie du ihn mit ihm sprachst. Wie du ihn so kennenzulierst? Alfred? Alfred? für jemanden, die du nie kennengelernt hast. Lass ihn, dann sprechen wir. Du weißt, ich einfach nicht glaubte dich. Ich denke, Alfred, vielleicht ist das einzige Weg, in dem ich dich sprechen kann. Das macht mich fragen, ob du wirklich interessiert hast? Nur eine Art, um herauszufinden. Das Mann, nicht du? Shut up, old man! Du hast gesehen, meine true self. Deine Hand. Probe, dass du wirst. Take off your mask! Lass mich den Mann, du wirklich bist. Wenn das ist, was es dauert, um ihn zu retten... Nein! Nein, Bruce. Das muss sein, wie ein bisschen... ...trick. Bruce Wayne, er... Er würde niemals sein, der Batman ist. Er ist nur für ihn selbst. Oh, aber natürlich. Jetzt verstehe ich. Als Batman, du kannst auf die Wege, die Defenswerten. Und wie dein Vater macht. Ein wahrer Mensch, Wayne. Es gibt nichts Heroic über dich. Ich kann nicht verändern, was in der Vergangenheit passiert. Ich würde dich kämpfen, Vicky. Keine, niemand muss sich so schwer wie du getan hast. Du wirst nicht wissen, wie ich so schwer war. Aber du wirst. Ich zeige dir, was Thomas Wayne getan hat mir. Für meine Familie. Du wirst nicht mehr rüber. Schau rund aus, oder? Was hat mir aber Sommer altusvé,不是 Material? Versuchen nicht mehr, was sie durchaus donnert. Hörst du instead. Hey, auf jeden Fall. I'll bury you. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Stop, Vicky. Es ist vorbei. Nichts wird mich von meiner Revenge geholfen. Ich habe gedrückt. Ach, was ist das denn für eine Kacke, Leute? Ich habe gedrückt gehabt. Aber vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt. Wir sind gleich wieder bei 20 Minuten. Deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt an der Stelle eine Aufnahmepause. Die Kacke sollte jetzt gleich, ich denke, ich muss die ganze Kampfsequenz leider wiederholen. Obwohl ich gedrückt habe. Ich habe die Finger nämlich genau so liegen, wie ich sie brauche auf der Tastatur. Ich muss wirklich nur drücken und ich habe es getan. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Es ist vorbei. Falls das Ganze jetzt nur noch zwei, drei Minuten geht, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.